Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Ombre, heute in der Rolle des Abzockers wieder zurück. Im zweiten Teil will ich euch Contra Evolution zeigen, was jetzt letzte Woche im App Store frei war. Ich weiß nicht, ihr müsst mal reingucken, vielleicht ist es ja immer noch. Dann würde ich euch vorschlagen, sichert euch das auf jeden Fall. Denn das habe ich jetzt letzte Woche doch so ein paar Stündchen gezockt irgendwie, weil es ist eine 1 zu 1 Umsetzung von dem damaligen Probotector auf dem NES. Und das habe ich damals schon sehr viel und gerne gezockt. Auch so ein klassischer Sidescroller mit so Power-Ups und so, Endgegnern am Ende von jedem Level und so. Das, was ich mir so ein bisschen eigentlich mehr von den Mercenary Kings erwartet hatte. Und naja, gut, die Grafik ist jetzt natürlich nicht weltbewegend, aber die Umsetzung ist 1 zu 1. Die Musik ist dieselbe wie damals. Also wer früher das Probotector gespielt hat, der wird auf jeden Fall gefallen an diesem Contra hier finden. Contra, das ist halt irgendwie, glaube ich, so der amerikanische Working Title und in Deutschland ist es eher unter Probotector bekannt. Aber bevor ich jetzt hier zu viel Quatsch, würde ich sagen, starten wir einfach mal los. Was das Spiel anbietet, ist der ganz normale Arcade-Mode, wo man ganz normal durch die Level sich arbeitet, Endbosse besiegt. Der Mission-Mode, da kann man, glaube ich, so ein bisschen trainieren. Also sobald man einmal im Arcade-Mode in einem Level gewesen ist, kann man den über diesen Mission-Mode direkt anwählen und den Level halt sozusagen trainieren, dass man halt im Arcade-Mode besser klarkommt. Upgrades weiß ich nicht, da kann man irgendwas upgraden, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das braucht es aber eigentlich auch nicht. Das gab es auch im früheren Original nicht. Boss-Rush habe ich noch nicht freigeschaltet. Gehe ich mal davon aus, dass man da nach und nach die Endbosse direkt in Folge besiegt. Elite-Mode weiß ich nicht, was es ist. Und Store, naja, das Spiel ist frei, aber über diese In-App-Purchase-Sachen holen die Entwickler sich das natürlich wieder rein. Da kann man sich wieder den letzten Blödsinn, die 99 Gold-Pennies für die Upgrades kaufen und da noch wieder sein Geld reinbuttern. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier direkt in den Arcade-Mode rein. Das ist, denke ich mal, das, was interessant ist. Und machen jetzt mal hier neu. Mein Rekord ist aktuell bei der dritten Stage. Da komme ich noch nicht weiter. Das ist so ein bisschen schwierig mit der Steuerung dann auch. Wir machen jetzt einfach mal ein neues Spiel. Restart Game Yes. So, und dann wählen wir uns hier den Charakter aus. Genau, mit dem habe ich jetzt gespielt. Ich weiß nicht, das macht, glaube ich, keinen Unterschied, welchen man da wählt. Und dann legen wir doch gleich mal los. Also genau, das ist hier der erste Level. Genau wie damals. Muss man ein bisschen auf die Schüsse und aufpassen. Also von der Steuerung her ist es so, dass der Charakter schießt von selbst. Also er schießt die ganze Zeit in die Richtung, in die man schaut und in die man geht. Und dann gibt es halt rechts noch die Sprung-Taste. Und ja, dann gibt es hier noch so Extras, die es früher im Spiel eigentlich nicht gab. So ein Schutzschild kann man hier aktivieren, was dann irgendwie so fünf Sekunden lang einen unverwundbar macht. Und so ein super Laser gibt es noch, was es früher auch nicht gab. Werde ich euch dann gleich auch nochmal zeigen. Oder kann ich eigentlich jetzt auch mal zeigen. Ach, jetzt geht die Brücke kaputt. Damn! Äh, genau. Dieser Laser, der schaut halt dann eben so aus. Äh, bam, bam, genau. Also es ist halt einfach so ein, so ein fetter, fetter Strahl, der halt dann eben so alles kaputt macht. Ach ja, genau. Und Wasser konnte man sich so ducken und vor den Schüssen sicher sein. Ah ja, jetzt so langsam kommt die Erinnerung an früher wieder. Nice. Ja, das mit der Steuerung ist halt echt leider ein bisschen schade. Das finde ich halt immer bei diesen Spielen, die so eine, ähm, Analogstick-Steuerung simulieren. Naja, das klappt irgendwie in den seltensten Fällen so richtig gut, weil naja, du hast halt einfach wirklich dieses Feedback nicht, was du brauchst, wo deine Finger jetzt genau sind auf dem, auf den, ja, simulierten Sticks. Und dadurch passiert es halt super oft, dass man halt irgendwie nach rechts gehen möchte, aber drückt dann in Wirklichkeit nach unten oder irgendwie so. Das finde ich so ein bisschen schade, aber das lässt sich einfach nicht vermeiden. Da würde ich mir manchmal so einen kleinen, weiß nicht, so einen Bluetooth-Controller, so ein billiges Ding wünschen. Ah, S, das war deutlich das Beste, oder? Ja, genau. Ähm, mit dem man dann die Steuerung hier etwas verbessern kann, aber wenn man es mal eine Zeit lang gezockt hat, dann kommt man so ungefähr damit klar. Nein, verdammt, ist doch jeder das eingesammelt. Weil S, das weiß ich noch von früher, das war damals immer schon so das Beste, dieses Streufeuerkanone, mit der hat man so auf dem Screen so fast alles immer direkt getroffen. Aber gut, jetzt müssen wir uns hier mit den Maschinengewehr weiterkämpfen. So, die Sprünge gemeistert. Den noch schnell abgeschossen. So, und der Endboss war, glaube ich, ziemlich easy-peasy. Da musste man sich nur so hier hinstellen. Man konnte einen eben schon gar nicht mehr treffen. Die zwei Kanonen hier abgeballert und dann einfach auf das Ding da unten geknallt. Also, der Anfang ist noch relativ einfach. Also, das war damals bei dem Spiel auch schon so. Aber es wird halt immer schwieriger. Das war jetzt halt so ein klassischer Sidescroller von links nach rechts. Der nächste Level wird von hinten nach vorne gespielt. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Und der dritte Level dann von unten nach oben. Also, es ist doch auch recht vielfältig gewesen, auch schon für die damalige Zeit. Also, das kam halt boah, weiß ich, 87, 88 oder so kam das damals raus. Und da war das halt echt schon so ziemlich revolutionär. Das weiß ich noch. Also, als ich das damals gespielt habe, da war das echt schon so, wow, supergeil. Ich meine, die Grafik hier ist jetzt natürlich nicht so, dass man gleich ausflippen müsste. Aber das ist doch ganz in Ordnung. Dafür, dass es halt auf dem iPhone, also vom App-Store halt kommt. Da erwarte ich jetzt auch nicht so die grafische Meisterleistung, sondern finde halt hier die Umsetzung schon doch sehr gelungen, weil sie sich halt eben ganz stark ans Original gehalten haben. Gerade auch, was Sound und Musik angeht. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und erinnert einfach wieder so ein bisschen an die gute alte Zeit. Nicht wahr? So, jetzt einfach hier schnell auf den Kern schießen. Gar nicht mit diesem blöden Waffen links und rechts aufhalten. So konnte man immer am schnellsten durch. Ich glaube, dann müsste auch schon der Endboss jetzt kommen, oder? Gibt es noch ein Level? Ne, schon Endboss. So, genau. Der taumelt dann irgendwie nacheinander oben rum. Erstmal die Dinger hier abschließen. Bislang keine Gefahr. Das haben wir auch noch geschafft. Da muss man irgendwie die Dinger hier abknallen. So, das klappt auch noch. So, und dann nur noch das Ding hier oben. Also das ist noch nicht ganz so schwierig alles. Aber im dritten Level ist halt das Problem, dadurch, dass man dann von unten nach oben sich bewegt, gibt es halt über dir so Plattformen, wo man dann erst relativ spät sieht, ob da halt Gegner stehen oder nicht. Und da passiert es mir halt einfach so super oft, dass ich irgendwo hoch springe und dann poppt halt genau da der Gegner auf und das passiert dann halt irgendwie dreimal nacheinander und dann war es das halt. Aber jetzt vielleicht mit ein bisschen Concentration. Vielleicht schaffe ich den dritten Level ja auch mal bis zum Endboss. Das wäre ja mal was. Das habe ich bisher noch nicht hingekriegt. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern von früher, was da der Endboss war. Da irgendwie, weiß ich gar nicht mehr so genau. Genau, da fallen diese Steine runter. Genau, das weiß ich auch noch. Muss ich nur aufpassen, dass ich am besten diesen Streufeuerschuss nicht wieder verliere. Oder aus Versehen irgendwas anderes einsammeln oder verweck. So, denn der ist schon so... Ja, das ist das Good Game ungefähr. Ah, zu weit gelaufen. So, guck mal. Ah, was ist das denn? Ja, das meine ich halt irgendwie so, diese Sprungtaste trifft man manchmal nicht so richtig und schon ist halt wieder ein Leben weg. Achso, da ist dieser Taucher, der wirft irgendwie so Granaten. Da sollte man... Naja, vielleicht können wir hier so ein bisschen durchrushen. Oder ich benutze einmal diesen Schutzschild und dann einfach so die kleine krasse Snitch einfach mal so schnell hier durchgerannt. So. Oh, ah, nein, den habe ich zu spät gesehen. So, dafür gleich hier auf die Plattform. So, und dann machen wir noch ein Schild. Ah, nein, das lädt noch auf, oder was? Ah, okay, das geht noch nicht wieder. So, gucken wir noch mal. Das wären wir doch irgendwie. Vielleicht hinkriegen wir. So, das muss eigentlich schon relativ weit sein. Gucken wir mal. Ah, nein, da habe ich wieder die Sprungtaste nicht erwischt. Das ist halt echt so das, das Blöde, dass man halt, ah, manchmal halt an den einfachen Stellen auch verreckt. Na gut, okay. Hat nicht geklappt. Kurz vom Endboss, 80% dritte Stage. Genau, ich denke mal, ihr habt mal so ungefähr einen Eindruck gewonnen, so worum es in dem Spiel geht. Viel mehr will ich eigentlich auch gar nicht zeigen. Will euch da auch nicht irgendwie die Spannung vermasseln, was noch kommt oder was da für Endbosse kommen. Aber schaut auf jeden Fall mal rein. Ich finde es sehr geil. Erinnert mich an die gute alte Zeit. Macht Spaß. Von der Steuerung abgesehen, äh, ist es wirklich eine sehr geniale Sache. Und da wünsche ich euch beim Nachzochen viel Spaß. Lasst mich in den Kommentaren, wie gesagt, wissen, ob ihr das Probotector von früher kennt, ob ihr das auch gemocht habt oder Contra. Und was ihr von der App hier haltet, würde mich auf jeden Fall freuen. Gut, Jungs und Mädels, dann bis zum nächsten Mal. Euer Ombre. Ich bin der 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 Ombre